Willkommen in einem neuen PvP mit Mitzukiya als Heilerin. Yay, und wir sind wahrscheinlich wieder 50.000 Heiler hier drinnen, ne? Und Püri hat schon die Anweisung, gehen alle links. Bär, gut, gehen wir halt alle links. Aber ich habe in Erinnerung, dass meine Jedi-Wächterin, oder so, ähm, dass die auch Püri heißt. Und ich glaube, äh, das ist seltsam. Ich muss mal gucken, wie die heißt. Also ich habe noch eine, die ist, äh. Nein, stun ihn! So. Ich habe ihn gestarrnt! Was ist das für ein Kerl hier? So, ich gehe ein bisschen heilen. Ein bisschen heilen. Ein bisschen draufhauen, damit sie Angst kriegen von mir. Äh, ein bisschen heilen. Und wegkicken. Ah, da stirbt Erinner! Da hinten! Oh, ich heile erst mal. Ja. Auf was man sich alles so konzentrieren muss? Ist das schrecklich? Ist denn die an, die... Ah, hier. Oh, 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 Security. Security. Security! Stirb nicht! Suchst du das heil Ding? Das brauchst du doch jetzt nicht mehr. Oh, er hat sich's trotzdem genommen. Was für eine, äh, ähm... dezente Verschwendung. Aber was soll's, ne? Aber wir haben... Wir machen, glaube ich, ganz gut Schaden, denke ich. Zumindest... Irgendjemand macht hier richtig gut Schaden. Richtig gut, ne? So richtig gut. So, und wir... Wir sind einfach nur so... Mitläufer. Machen ein bisschen mit Schaden. Und... Ah! Heiland! Ein bisschen heilen. Wäre auch nicht schlecht. So... Darf nicht um die Ecke gehen, sonst... Bah, der eine ist echt schnell. So schnell kann man gar nicht reagieren, ne? Aber ich versuch mal im Dingens... Im Eifer des Gefechts zu tappen. Aber da ist schon... Bubbel... Blablabla... Blubbadiblu... Und hindert uns daran. Voll... Lame. So. Ah! Und da ist ja noch so ein Kack. Ah, da sind ja ganz viele Kackpatzen. Mein Gott! Wie viele sind denn da? Ich dachte, die eine stirbt vielleicht schnell und... Dann kann ich vielleicht eine Sekunde... Ähm... Sinn auf der... Achso. Ist mir gar nicht hinterhergefallen, ne? Ha! Wir haben eine Bombe gelegt. Ha! Ha! Oh! Ups! Ne, Spaß. Ähm... Genau. Wir haben hier die Bombe gelegt. Und wir hier... Ne, nix damit unterbrechen. Könnt ihr vergessen. Hat jemand gerade... Achso. Da ist irgendwas explodiert. Ah! Da ist so ein... Ey! Wo ist denn der? Stunnen! Ey! Ich habe ihn gestunnt, ja! Ah! Hört ihr auf? Die Leute aus meinem Stun-Rot zu holen? Ich habe sie so schön gestunnt. Ist das immer so schön, wenn sie einfach nichts tun? Naja, ich heile einfach mal, ne? Ich heile einfach mal. Einfach heilen! Einfach heilen! Niii! 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 Oh! Hat Angst im Dunkeln! Und jetzt ist er tot! Also die Gilde hieß schon. Oh! Da ist noch einer von, hat Angst im Dunkeln! Und er ist tot! So! War das echt ne mega Schießerei hier, ne? Muss man schon sagen. Oh! So, und er ist jetzt auch gleich tot. Und ich, ähm, ich hätte gerne Macht. Ich, ich will Macht. Ah, ja. Danke. Gib mir mal Macht. Ich muss kurz nachladen. So. So, jetzt muss ich ein bisschen schon... ...Kario retten. Und da vorne... ...der Unsichtbare, der Unsichtbare, der Unsichtbare. Oh! Taga! Tataaga! Tataaga! Oh, ich will den runterschmeißen! Nein! Fast! Schade! Ah! Ah! Ah, denk! Ich kann nichts für den tun, glaub ich. Nein! Dafür lädt man heilen zu lange. Ne! So! Du stirbst mir nicht! Wer schießt denn da auf mich? Wer schießt denn da auf mich? Was ist denn das? Lass mich! Wer immer auf mich schießt. Oh! Ja! Jetzt müssen wir mal bald... Ah, da ist... Das ist ein Heiler. Ne! Das ist auch noch schon ein Heiler-Dingens. Markieren. Ein bisschen markieren. So. Gut. Ah, da ist noch eine Heilerin! D-d-d! Athena! Hexe! Hexe! So. Markiert! Oh! Flächenschaden! Schnell raus! Mitsu! Raus aus dem Flächenschaden! Oh! Direkt in die Arme von der Hexe! Und... Ja. Okay. Für was habe ich jetzt die Medaille geklickt? Ich habe leider nicht den Chat an, wo ich das sehen kann. Ihr seid unschlagbar! Oh! Aber für... Ich bin unschlagbar irgendwie, ne? Irgendwie... Ne? Schon komisch. So! Ah! Da ist der Schatten! Der Schatten! Hallo Schatten! Ich heil dich mal ein bisschen, ne? So. Den töten wir ja. Die töten wir auch gleich. Hilft mal alle mit, die zu töten. Und da kommt auch schon der Nächste. Ich geh mal ein bisschen tappen. Hier hast du noch Schutz. Boah! Ah! Kackmast! Boah! Das sind ja viele! Das sind so viele! Lasst mich! Ja. Ein Verbündeteilzumschlagbar! Ein Verbündeteilzumschlagbar! Ja! Jetzt geht's schon los, aber wir haben da noch 40 Sekunden! Verdammt! Aber ich glaube, wir halten uns, ähm, gut am Leben. Das heißt, wenn wir die da nicht gleich einfach durchlassen, müssten wir das vielleicht noch gewinnen! Kaju! 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 Stirb nicht! So! Aber wir sind schon wieder ein paar Heiler, ne? Okay. Boah! Immer dieses Massengestanne hier. Was ist denn das? Naja, gut. Hey, der eine hatte eine coole Rüstung. Dieser eine Leko-Typ da. Leko. Nein, nicht. Ja. Twi'lek! Genau. Der, der mit den roten Leko und so. Kram. Gut. Ja, ne? Machen wir das Ding, ne? Das machen wir schon, Leute. Wir sind sehr zuversichtlich. Außer, außer sie überrumpeln uns, ne? Dann... Dann kommt wieder irgendjemand und sagt, boah, keine Lust. Okay, täuschen die nur an, oder gehen die da wirklich rüber? Okay, die gehen, glaube ich, wirklich rüber. Ich geh mal hier nicht hier verstecken. Und... Und... Mit dem da. Aufhalten. Boah! Ich hab irgendeinen Schwerschlag abgekriegt. Und da... Da, da, der sollte steppen! Boah, die gehen voll auf den Gelehrten los. Aber er macht Machtbarriere und er schafft es zu überleben. Ja... Da, da ist der Legotyp! Der Legotyp! Nicht der Legotyp, der... Ah! Und er macht mich... Gut! Lass mich! Lässt du mich in Ruhe? Ey! Hey! Hört ihr auf, wie er mich anzuschlauen? Das nervt! Hm! Und ich will den einen noch heilen! Ah, der Legotyp! Nee! Und jetzt schlagen die alle auf mich ein. Ja, macht halt! Ja, ich halt hier noch ein bisschen auf... Oh, haltet die Stellung. Und so kaum, ne? Ja! Ja! Einmal Heilung, bitte! Ja! Okay! Hey, lass mich! Ich hab mich grad geheilt, ja? Ich hab grad das Ding genommen! Da musst du mir wieder Leben abziehen, ey! Ah! Stun, stun, stun! Ein Verbündeter ist unschlagbar! Ah! Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege! Ich hab so wenig Gesundheit! Ey! Aber ich lebe noch, Leute! Ich lebe noch! Uh! Uh! Ah! Gleich nicht mehr! Gleich nicht mehr! Der Legotyp! Alter Falter! Und unterbricht mich! Nein! Gehst du weg? Hm! Ey! Die ganze Zeit auf mich, ey! Nicht zu glauben! So! Ah! Gibt's denn neue Dinge? Ich heil dich noch einmal! Nein! Scheiße! Kann ich nicht! Ach ja! Ich glaube, jetzt sterbe ich! Der Legotyp ist zu hartnäckig! Und... Ah! Waren zu viele! Ah! Da ist noch einer! Na! Na, ob wir das hinkriegen? Okay! Ähm, ähm, ähm! Romy heulen! Und verfeinern! Ah, ist der schon wieder hier? Nein, unser unsichtbarer Schatten. Ah, ich wollte ihm gerade noch Schutz geben. Lass mich in Ruhe. Nein, die Teppen. Äh. Gut. Haben sie nicht geschafft. Das war aber relativ, so relativ knapp, ne? Eigentlich. Ist das schon wieder der? Ne, ist ein anderer. Egal. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich, wie sie jetzt alle auf mich gehen. Ja, sorry, ich habe heute ein bisschen geheilt, aber ne. Boah, der eine hat schon 16 Medaillen, krass. Das ist bestimmt derjenige, der voll mega viel Schaden macht. Das stammt. Okay, drei Minuten müssen wir noch aufhalten. Ist man ja tatsächlich hier lang, oder? Ich glaube, wir sind teilweise auf der anderen Seite. Ja, da geht der eine schon auf die andere Seite. Das ist ja noch jemand. Ich dachte, hier wäre noch jemand. Naja, gut. Wenn hier niemand mehr ist, dann gehe ich für sie zurück. Oh. Schießt schon wieder jemand auf mich. Wo sind denn die? Wo sind denn die Imps? Hier. Ah, hier sind sie. Hallo. Das ist aber eine Überraschung. Ah. Okay, da tappt einer. Äh. Lass mich. Ich muss jemanden vom Tappen abhalten. Und jemanden heilen. Und mich verteidigen. Ah. Was es nicht alles gibt. Oh oh. Ich muss da hin. Und die kaputt machen. Ah. Oh, noch geschafft. Lauft. Okay, warum ist da rechts keiner? Aber schauen wir mal. Okay. Ich glaube, da ist schon einer. So. Da ist wieder der Mr. Lecku-Typ. Mr. Lecku. Tschüss. Hallo. Tschüss. So. Hängen wir mal unseren Schatten. Und ich glaube, ich gehe wieder auf die andere Seite. Ja. 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 Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Security. Security. Er ist gestorben. Nein. Egal. Für die Republik. Boah. Alter, was geht mit euch ab? Was habt ihr gegessen, Spinoid? Ey. Ihr schafft das nicht. Eine Minute dreißig kommt schon, Leute. Leute von heute. So. Ich hole mir kurz die Heilung. Wenn ich das könnte. Nehme ich nicht in Ruhe. Nein. Da, da, da. Hes, hes, hes. Naja. Aber es sind noch genug Leute da. Das ist schon mal gut. Ich hatte leider keine, ähm, Heilungsdingensnotfall irgendwie mehr, ne? Und ich war gestunt. Ne, das muss man auch noch dazu sagen. So, mega gestunt. So, okay. Ich seh, glaub ich, ne Hexe, die da links hingeht. Schauen wir, wo er Security hingeht. Okay, ich geh dann links. Oh, oh, oh. Links. 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 Links sind vier Leute. Vier Leute. Oh, Kajo, ich kann dir nicht still sein. Nein, stärk, du Schuss. Kack. Dingens. Oh. Lass mich in Ruhe. Ah. Bäh. Wie die einen alle hier angedingsen. Äh. Sehr eklig. Was willst du? Äh. Oh, fertig. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, das war jetzt, äh, mega schlecht. Aber wir haben gewonnen. Wow. Wow. Der eine hat 18 Medaillen. Das ist ja echt krass. Wow. Okay. Oh, haha, haha. Boah, ich geb nicht, doch, ich geb mal dem ein Typ mit den 18 Medaillen. Kranker Scheiß, aber das ist doch echt krank. Er hat 900, über 900 Schaden gemacht. Na gut. Aber Puri hat doch noch mehr Schaden gemacht. Woher hat er denn die ganzen... Ah, er hat nur Schutz gegeben. Ah, okay. Und er hat getappt. Okay, das erklärt ein paar Medaillen, ne? Ja, haha. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns irgendwann demnächst. Bis dann.